Beim VfB Stuttgart hat's die emotionalste Rückkehr des Fußballjahres gegeben. Silas ist wieder da. Insgesamt 251 Tage fehlte er, Schuld war ein Kreuzbandriss. Als er eingewechselt wurde, stand das ganze Stadion auf. Die Fans feierten jeden Ballkontakt von ihm. Ne extrem geile Stimmung. Bei Silas hat sich ne Kleinigkeit verändert. Und zwar der Name. Wir alle kennen ihn ja noch als Wamangituka. Aber der stimmt nicht so ganz. In Wahrheit heißt er nämlich Katompa Mwumpa. Hinter diesem Namenswechsel steckt ne total krasse Geschichte. Über die ich jetzt mal mit euch reden will. Lasst uns mal keine Zeit verlieren, los geht's. So Leute, wir sind in der heißen Phase der Road to 200k. Nur noch 5000 Abos fehlen, um die Marke zu knacken. Wenn ihr Bock auf aktuelle Fußballanalysen habt, seid ihr hier richtig. Jede Woche nehm ich die wichtigsten Themen unter die Lupe. Lasst deshalb mein Abo da, hier unten draufdrücken und aktiviert die Glocke. So macht ihr definitiv nichts falsch. Starten wir mal mit nem Porträt. Silas Katompa Mwumpa kommt aus der Demokratischen Republik Kongo. Am 6. Oktober 1998 wurde er in der Hauptstadt Kinshasa geboren. In seiner Kindheit spielte er den ganzen Tag Fußball. Egal ob auf dem Bolzplatz oder im Hinterhof. Hauptsache mit dem Ball am Fuß. Auf der Straße wurde Silas dann auch entdeckt. Er kam in die Black Mountain Sports Academy. Die besten Talente aus der Stadt kickten dort. Sie wurden unter professionellen Bedingungen ausgebildet. Silas nutzte seine Chance. Er trainierte fleißig und meinte mal, selbst bei den heftigsten Regenfällen stand er auf dem Platz. Sein Motto? Auf die Zähne beißen und arbeiten. Silas schaffte es im Kongo sogar bis in die Junioren-Nationalmannschaft. Er hatte seinen Traum vor Augen. Den Sprung nach Europa. Und so logischerweise auch auf ein besseres Leben. Er schaffte das. 2017 bekam Silas ein Probetraining beim RSC Anderlecht. Damals war er schon volljährig. Er hatte ein sogenanntes Schengen-Visum unter seinem echten Namen. War also ganz offiziell in Belgien. Die Klubbosse fanden ihn anscheinend gut und wollten ihn verpflichten. Das Problem, sein Visum lief bald aus. Deshalb baten sie ihn, flieg zurück in den Kongo, hol dir ein neues Visum und komm dann wieder. So weit, so gut. Jetzt kommt der Twist. Sogenannte Läufer haben ihn entdeckt. Mit ihm geredet und ihm Angst gemacht. Sie meinten, wenn du jetzt nach Afrika gehst, darfst du nie wieder zurück nach Europa. Das heißt, sollte er ins Flugzeug steigen, wäre der Traum vom Profi-Fußball vorbei. Silas glaubt ihnen. Er war gerade mal 19 Jahre alt, zum ersten Mal in einem anderen Land bzw. Kontinent, und kannte sich mit diesen rechtlichen Dingen nicht so gut aus. Fest steht, er blieb in Europa. Der Wechsel zum RSC Anderlecht platzte deshalb. Und plötzlich verschwand Silas Katomba Mumpa von der Bildfläche. Spurlos. Vom einen auf den anderen Tag. Ein neues Talent ist dann wenige Zeit später aufgetaucht. Silas war Mangituka Fundu. Er kam auch aus dem Kongo und hatte am 6. Oktober 1999 Geburtstag. Er war exakt ein Jahr jünger. Jetzt wissen wir, es war die identische Person. Den Namen dachte er sich nicht aus. So hieß sein Vater. Wichtig ist zu wissen, als sein Visum auslief, war er selbst mit dem falschen Datum schon vollgierig. Er hat sich also mit diesem Trick keine Aufenthaltserlaubnis erschlichen. Es ging, davon können wir ausgehen, um andere Dinge. Ein Berater bzw. Spielervermittler hatte da seine Finger mit dem Spiel. Punkt eins, das Geld. Der Berater versuchte offenbar, die Verbindung zum Jugendverein zu löschen. In den FIFA-Statuten steht nämlich, bei einem Transfer muss eine Ausbildungsentschädigung bezahlt werden. Sprich, so etwas wie eine Ablösesumme. Aber wenn ein Talent aus Afrika nie bei einem offiziellen Verein spielte, muss keiner diesen Betrag zahlen. Weder der neue Verein aus Europa, noch der Spielervermittler. Und genau das ist der springende Punkt. Das ist ein total wichtiges Thema. Unten in der Beschreibung verlinke ich euch einen Artikel dazu. Sportlich lief Sousila ist ganz okay. Zwar gab es erst einen Rückschlag. Der französische Erstligist Montpellier verpflichtete ihm nach einem Probetraining nicht. Deshalb musste er einen kleinen Umweg über die fünfte Liga machen. Sprich, über den Amateurfußball. Bei Olympique Allais wohnte er im Internat. Auf dem Platz überzeugte er dort sofort. Unter anderem mit seinen starken Dribblings und dem gewaltigen Tempo. Ab da ging seine Karriere steil bergauf. 2018 verpflichtet ihn der Paris-FC. Eigentlich sollte Silas nur in der Reserve kicken. Aber schnell durfte er bei den Profis in der zweiten Liga ran. Auch dank seiner starken Leistungen wären die Pariser fast aufgestiegen. Tja, privat brodelte es. So kommen wir zu Punkt zwei, der Abhängigkeit. Der Berater setzte Silas unter Druck, heißt es. Er meinte, wenn dieser ganze Schwindel aufliegt, ist die Profikarriere vorbei. Er dürfe nie wieder Fußball spielen. Silas lebte in Paris, quasi in einer WG mit diesem Berater. Und noch mit ein paar weiteren Fußballern. Größtenteils von der Außenwelt abgeschottet. Er hatte keinen Zugriff auf sein eigenes Bankkonto. Er bekam nur einen Teil des Gehalts ausbezahlt. Als so eine Art Taschengeld. Und den Pass, beziehungsweise die restlichen Dokumente, durfte er auch nicht haben. Der Berater hatte die komplette Kontrolle. Ohne ihn ging gar nix. Psychisch und finanziell war Silas von ihm abhängig. Sportlich hat die Karriere von Silas dann weiter Fahrt aufgenommen. Die logische Konsequenz, ein Wechsel ins Ausland. Besser gesagt zum VfB Stuttgart. Und genau dieser Wechsel sollte sein Leben dann für immer verändern. Schon länger hat's das Gerücht gegeben, dass Silas ne falsche Identität benutzt. Der Auslöser war ne Recherche der französischen Zeitung Le Quib. Im Mittelpunkt stand ein Fußballfunktionär aus dem Kongo. Er betreute Silas angeblich in der Jugend. Im Herbst 2018 schrieb er dem Paris-FC eine E-Mail und sagte, er kenne die wahre Identität. Deshalb forderte er, sollte Silas verkauft werden, will er 10 Prozent der Transfersumme haben. Dann hält er seinen Mund. Wenn nicht, geht er an die Öffentlichkeit. Aus heutiger Sicht wäre das echt ein lukratives Geschäft gewesen. Der VfB Stuttgart bezahlte später 8 Millionen Euro Ablöse. So wurde Silas der teuerste Transfer der Zweitliga-Geschichte. Der kongolesische Fußballfunktionär hätte also satte 800.000 Euro bekommen. Ob dieses Geld wirklich floss? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Die Recherche wurde Ende 2019 veröffentlicht. Da kickte Silas schon beim VfB. Der Verein gab natürlich ein Statement ab und meinte, ein offizieller Reisepass lag vor. Dazu alle Spielerpässe von ihm seit 2010. Man zweifelte deshalb nicht an der Identität von Wamangituka. Ihr merkt, da musste jemand einen hohen Aufwand betreiben, um die wahre Identität zu verschleiern. Kurz gesagt, die Geschichte verlief im Sande. Silas spielte weiterhin Fußball und lieferte grandiose Leistungen ab. In der Bundesliga wurde er mehrfach zum Rookie des Monats gewählt, später dann sogar noch zum Rookie der Saison. Keiner hätte beweisen können, dass er gar nicht Wamangituka heißt. Tja, bis zum Mai 2021. Da gab's nämlich den großen Knall. Der Junge ging zu den Bossen, besser gesagt zu Sven Mislintat und Thomas Hitzlsperger, ihnen erzählte er die ganze Geschichte. Der Grund, er lebte in ständiger Angst. Der Druck muss wirklich gewaltig gewesen sein. Immerhin war er nonstop erpressbar. Er war ein Opfer dieser ganzen Machenschaften. Dazu machte sich der Junge auch noch um seine Familie im Kongo Sorgen. Für ihn war's ein total schwerer Schritt, das alles zu beichten. Denn Leute, vergesst bitte nicht, der Berater hatte ihm immer wieder eingetrichtert. Seine Profikarriere wäre vorbei, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Aber genau das Gegenteil passierte. Die Bosse stärkten ihm sofort den Rücken und halfen ihm. Menschlich war das wirklich 1A. Da zeigte der VfB Stuttgart, wie familiär man ist. Man gab ihm das Gefühl, sich anvertrauen zu können. Positiver auch, Silas trennte sich von seinem dubiosen Berater. So konnte er dieses Kapitel ein für allemal beenden. Das DFB-Sportgericht sah sich diesen Fall auch noch ganz genau an und fehlte ein Urteil. Mit falscher Identität zu spielen sei, Zitat, ein unsportliches Verhalten. Silas wurde für drei Monate gesperrt und bekam eine 30.000 Euro Geldstrafe. Gut, weil er eh mit einem Kreuzbandriss ausfiel, war das egal. Sportlich hatte dieser Fall also keine Konsequenzen. Weder für ihn, noch für den VfB. Mir ist jetzt noch wichtig, eine Sache loszuwerden. Egal wie ein Nachname lautet, es sind am Ende eh nur irgendwelche Buchstaben, die aneinandergereiht sind. Im Fokus sollte immer der Mensch stehen. Und in diesem Fall ist es ja noch gut ausgegangen. Eine Überleitung spare ich mir heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.